Ja, du bist hübsch wie ein dunkelhäutiges Mädchen. Da war ich in unserem Dorf in der Türkei und da haben die Leute angefangen mich zu fotografieren. Die schwarzen musst du mir ja als zweite Klasse sehen, oder wie? Ja, oft. Es gibt natürlich einen ganz besonderen Grund, warum wir jetzt das machen, was wir hier machen, als Datteltäter-Community. Wir haben natürlich durch die aktuelle Bewegung um die Ermordung von George Floyd und die natürlich in ganz Europa, auf der ganzen Welt Proteste und so weiter hervorgerufen hat, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie die muslimische Community mit BPOCs umgeht. Bis hin zur Erfahrung, dass man irgendwie von schwarzen Musliminnen erwartet, dass man sich aber noch irgendwie beweist, dass man richtig muslimisch ist. Sag mir mal Al-Fatih auf oder was auch immer. Wie betest du denn? Machst du denn das? Und bist du denn eher muslimisch oder schwarz, als würde sich das irgendwie ausschließen? Mehrere Schubladen, die du bedienst in der Mehrheitsgesellschaft. Spürst du, dass du es schwieriger hast als andere? Also mein Prinzip ist es, mich nie als Opfer zu sehen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Gesellschaft sprechen, wie sie mich sieht als Mensch und als Person, würde ich schon sagen, als Frau, als schwarze Frau und als Frau, die sichtbar muslimisch ist, ist der Struggle natürlich viel mehr als bei einem Mann. Aber ich möchte natürlich meinen Brüdern den Struggle nicht absprechen, den sie haben. Als Frau wirst du sowieso diskriminiert, als sichtbare muslimische Frau erst recht. Also ich spreche jetzt für mich, ich möchte auch was für mich mitnehmen und ich möchte selbstkritisch sein. Wie sensibel sind wir innerhalb unserer eigenen Reihen im muslimischen Kontext gegenüber schwarzen Muslimen zum Beispiel? War ich in unserem Dorf in der Türkei, also in unserer Stadt, und da haben die Leute angefangen, mich zu fotografieren. So, was denkst du dir dabei erst mal? Okay, ich bin komplett anders, ich bin ein Schwarzer, der auch türkisch sprechen kann. Das ist natürlich erst mal so, wow. Diese Personen, diese Türken, würde ich mal sagen, haben einen schwarzen Türken noch nie gesehen. Und verbinden einen schwarzen R mit einem Amerikaner, Afrikaner. Und damit haben sie mich dann auch konfrontiert. Also du bist so Amerikaner, du musst reich sein, dies, das. Und dann machst du halt ein paar Späße, redest auf einmal Englisch mit denen, die denken sich, wow, wow, okay, cool, dies, das. Und so auf diese spielerische Art und Weise so mit den Leuten umzugehen, habe ich mir so beigebracht und auch wirklich nichts so ernst zu nehmen. Ich bin Sudanesin, die kommen aus dem Norden Sudans, die gehören zu den Helleren aus dem Sudan. Dort gibt es aber bis heute noch Sklaven oder Arbeiter, die aus dem Süden Sudans geholt werden. Und auch so auf der Straße generell im Umgang merke ich einfach, dass die Nord-Sudanesen, die heller sind und auch muslimisch sind, sich anders gegenüber den Verhalten, die aus dem Süden kommen. Aber es ist halt auch schon passiert, dass man dann eher Blicke bekommt, die einem sagen, hey, was willst du eigentlich gerade hier so, das ist eine Moschee. Und dann sage ich, okay, aber genau deswegen bin ich ja auch hier und dann frage ich halt, wo der Waschraum ist. Und es wird dann so, es wird geduldet, sage ich mal, ja, das ist schon passiert. Ist so nonverbal, ja, es ist jetzt noch nichts passiert, dass ich irgendwie angefeindet wurde oder rausgeschmissen wurde. Ich glaube, es würde dann doch ein bisschen zu weit gehen. Aber es ist schon so, dass ich oft die Erfahrung gemacht habe, man dann vielleicht bemerkt, dass über dich gesprochen wird und es wird so ein Auge auf dich geworfen. Ja, Mann, du kannst dann da beten, du bist geduldet, aber es ist auch wieder schön, wenn du wieder raus bist. Sogar, wenn ich nach Ägypten fliege, wo es so mein zweites Heimatland ist sozusagen, fangen die an, im Flughafen oder mit mir Englisch zu sprechen, weil die denken, der ist auf keinen Fall arabisch. Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Ich glaube, dass das vielleicht auch schon früher anfängt, also in den Familien schon, nicht unbedingt in der Moschee. Also schwarz-muslimische Geschichte zum Beispiel, ist dann immer voll das Wunder. Alle wissen halt, ah, Bilal war doch schwarz. Also es gibt halt keinen Rassismus, genau. Genau, aber wir lernen so viel Geschichte in der Moschee, aber wir lernen so wenig über schwarze Geschichte oder schwarz-muslimische Geschichte. Da hat ein weißer Araber eine Schwarze geheiratet und dann sagt die Mutter, also die Mutter vom Kumpel, warum hat er eine Schwarze genommen? Und wir sitzen so mittendrin so. Ich weiß, dass die nicht rassistisch sind, aber die auch sagen, sie sind rassistisch. Innerhalb auch meiner Familie, da kommt öfters mal der Spruch, also wo sie selbst sehr dunkel sind, also meine Familie ist relativ dunkel, weiß, also wie sagen wir immer so, weiß wie die Milch. So irgendwie, also dass man so was öfters mal mitbekommt, dass es in die Richtung geht. Also gerade wenn es um Schönheitsideale geht beispielsweise? Ja, voll. Oft ja so ein bisschen irgendwie so in einem Kompliment oder dass man meint, aber du bist ja gar nicht so dunkelmäßig und auch du hast ja noch eine schöne Hautfarbe, noch so. Irgendwo, also setzen sie irgendwie eine Grenze, was noch schön ist und auch wenn man über Heirat spricht, so. Also das habe ich auch oft gehört, dass Schwestern gesagt wurde, so pass auf, dass du nicht zu dunkel wirst. Ja, du bist hübsch für ein dunkelhäutiges Mädchen oder ja, versuch nicht noch dunkler zu werden. Einfach, das fängt schon bei solchen kleinen Sachen an. Wenn zum Beispiel ein schwarzer Bruder ein arabisches Mädchen heiraten möchte, dann ist es voll der Struggle, weil die Eltern irgendwelche Vorurteile haben. So gut wie jede Frau im Sudan benutzt Creme, um ihre Haut aufzuheller, weil dort einfach jede Frau denkt, es ist schön, nicht dunkel zu sein. Umso heller du bist, umso schöner bist du, umso glättere deine Haare sind, umso schöner bist du. Also alles, was eigentlich nicht dem Ursprung deiner selbst entspricht, finden die dann schön. Gibt es hier etwas, du hattest ja auch schon mal einen Wunsch ausgesprochen, aber wo gerade unsere Leute mehr Sensibilität zeigen müssten? Ich habe das Gefühl, jemand hatte vorhin gesagt, dass jemand nicht neben jemand anderes beten wollte in der Moschee, weil er schwarz ist. Das ist jetzt ein krasses, krasses Beispiel, aber ich habe oft das Gefühl, dass muslimische Menschen sich Schwarzen gegenüber so ein bisschen abwertend verhalten. Das hat was, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, was auch die Weißen haben mit den Schwarzen, einfach, dass sie sich als etwas ansehen. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher. Araber, Muslime haben auch viel Ego, viel Stolz. Im Islam sinngemäß ist, dass man sagt, dass es keinen Unterschied zwischen Schwarz, Weiß, Araber oder Nicht-Araber gibt, nur mit dem Graben. Und das sollte auf jeden Fall vermittelt werden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.